so und herzlich willkommen auf meinem kanal ist in der kurse mit einer neuen folge von medium ja man die über leute das spiel fängt wirklich langsam an spannend zu sein und ja wie es da weiter geht meine liebe leute lassen aber lassen leichter los geht's ich mach ein bisschen leiser so gut ja ich mach ein bisschen leiser ist es scheiße so ist besser genau so there i was existing in two worlds but never really living in either caution warnung euer hazard acht und plant gefahr ja plant gefahr was ist das was ist denn mit dir passiert frage ich mich auch video spiel logik was ist das was ist das was ist das eine ein Friedhof mit Affe Ja, nicht so, nicht so. Oh, 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 oh. Was ist denn da, Neva? Die Aura in diesem Ort. Ich habe andere wie es gesehen, aber nie so intensiv. Es war wie ein Landkopf von Erinnerungen, Emotionen. Und keine von ihnen gut. Ist da irgendetwas zu sehen? Nein. Hä? Warte, mein Controller hat doch vibriert. Was ist das? Ich kann dann diesen Weg gehen. Hey, oldtimer. Now, what's a fine machine like you, doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom apparently. Hope you don't mind if I pop your trunk. Und was ist das? Ehrlicher Abteil. Der Sommer ist voll im Gange. Der Report ist zum Besten gefehlt. Und du weißt, was du bedeutet. Mehr Arbeit für meine Wenigkeit. Aber es ist gute Arbeit. Ehrliche Arbeit. Mr. Rekowitz sagte, er würde mich gerne behalten. Kannst du das glauben? Ich werde es nicht vermasseln. Nicht dieses Mal. Versprochen. F. Äh, ja. Es geht so, es geht so rauf. Das könnte nützlich sein. Nimm, nimm. Au, scheiße. Das hat mich jetzt erschreckt. Das hat mich jetzt erschreckt. Was war das? Du spürst etwas? Ah, da haben Kinder gespielt. Wie lange das okay? Wie lange das okay? Das ist definitiv etwas. Wichtig. Du hast mir den richtigen Telefon. Ja. Das ist nur Zeit. okay dieses stimme kommt direkt aus mich auf aus mein controller das haben die scheiße gemacht okay vermutlich da kann ich nicht durchgehen bebrauche ich jetzt kein schloss es muss einen anderen weg geben natürlich ich verstehe das ist ein vorteil wenn man sammler ist noch klar sommer geht es nicht geh hoch du blöde koh ja 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 Suchen. Wie ist es? Ein Schuh? Wie ist es? Das Neva-Massaker. Hallo? Wer? Thomas? Du da? Da kann ich nicht eingehen. So, was gibt es denn hier zu sehen? Aponische Legenden der Drache von Wafel. Seite 4, warum fallen meine Zähne aus? Seite 7, zurück zu Süde. Seite 9, Spiele und Kreuzertrezel. Seite 10 und noch vieles mehr. Steh! Hotelregister. Kovac, Bruno, Smokalina, Maurras, Victoria, Schellazzo, Boris. Ja, das sind palpönische Namen. Beförderung. Meine Liebste, ich weiß, dass ich versprochen habe, dich zu besuchen, aber rate mal, ich wurde befördert. Ja, wirklich. Ich bin der neue Staplerchef, äh, Staubschef. Das könnte jetzt wirklich sein? Ein neuer Anfang, eine Heimat. Uns meine ich. Du, ich, die Kinder. Ich weiß, es klingt verrückt. Aber, hängt darüber nach, ewige Liebe FQ. Hallo? Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old fashioned haunted hotel. Call your ass down and answer the bell. Richtig, okay, jetzt so klingel. Ah! 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 Was ist diese Scheiße? Oh, hallo! Du hast mich begleitet. Ich habe das gemacht, nicht wahr? Du bist wirklich Angst. Ich bin Sade. Marianne. Sade? Ist das dein Name? Ich meine, du bist ziemlich geredetig für mich. Na ja, das ist das, was ich erinnere. Meine Freunde, meine Freunde, mich mit einem anderen Namen. Aber ich nicht erinnere, was es war. Deine Freunde? Oh ja, ich habe viele Freunde hier. Aber sie sind alle weg. Ich weiß nicht. Was haben sie mit ihnen passiert? Ich... Ich... Ich bin wirklich nicht so, was ich zu reden. Das ist okay. Also... Du leben hier? Alle selbst? Mhm. Du wirst nicht glauben, wie es es schon immer getrennt. Ich kann es dir. Oh, ja, so busy, people coming and going all the time, always someone to play with. Must have been nice. It was, not anymore. So, tell me, what happened? Uh, I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Uh, let me think. Uh, I've heard that name before. Uh, somewhere... Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Marianne! Oh, wait! I can't go that way! Damn. I need to get up there somehow. Oh. Das polarized city. Oh, my God. 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 Da ist ein bisschen mit Rätsel. Sie hat nichts, dann müssen wir irgendwas haben. Aufbrechen. Äh, Fahrstuhl? Hey, ein Elevator. Also, sehen wir, ob es funktioniert hat. Schade. Ich wünschte, dass ich sie realen Namen wusste. Schade. Okay, Marianne, einfach ein tiefes Geheimnis. Und... Sie muss sich beeilen. Ja. An out-of-body experience. Das ist wie ein Geheimnis. 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 Das ist... Ah. Da. Eine Füße. Ich brauche etwas Energie, um es zu sparen. Ach, scheiße. Aha. Ah, verstehe. Hm. Nichts zu sehen. Ah, stimmt ja. Da kann sie ja nicht. Ah. Ah. Okay, dann... Ah. Weiter geht's. Ah. Okay. Now where did she go? Hm. Nichts zu sehen. Hey, das habt ihr echt geil gemacht. Ich bin echt... Oh. Oh, einmal das Richtige Welt und einmal das Geister Welt. Okay, aber wo muss ich jetzt hin? Das gibt's doch wohl nicht. Huh. What is this? Okay, ich bin hier nicht durchgekommen. Was, 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 was? Okay, die hat nichts. Fuck! Holy shit, I didn't even know I could do that. Sadness? Fuck. Hey, das ist echt geil. Ich weiß nicht, wo ich jetzt schaue, so nix war oder nichts. Ah, gross. It looks like flesh. Is that skin? Äh. Ich bin ein Messer. Ohne Messer geht's ja nicht. Ich hab' einen anderen Wohl, ob diese Schlüssel sein kann. Ich bin das. Ich bin das. Ah! Okay. Ah! Okay, jetzt auf da konzentrieren. Äh, auf den materiellen Welt. Okay, was soll ich denn mal in dem materiellen mitmachen? Oh! 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 Ich bin auf die Seite. Ich bin auf die Seite. Ja, ich weiß, ich... Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ich gebe mir einfach ein paar Zeit. Ein paar Tage. Du kriegst was du. Oh, diese Sprache. Was ist das? Es sieht aus wie der einzige Weg. Great. Was ist das? Diese Raum. Es fühlt sich... Schmerzen. 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 Okay. Du hast nichts. Okay, Geisterwelt. Die Sparke sind zu weich, um zu absorbieren. Es ist wie, es etwas fehlt. Was wird denn weh? Die Sparke sind zu weich, um zu absorbieren. Es ist wie, es etwas fehlt. Was wird denn weh? Eine alte Preskription. Ich kenne diese Drücken. Alles zu gut. Ähm. Ähm. 17.06.1971. Name. Ursula. Ursula. Andernachname. Roskowski. Alter 41. Gewicht. 43 Kilo. Geburtsdatum. 24.05.1930. RX. Pipo 14. Bispiron. Fallgeschichte. Bei Ursula Roskowski wurde Depressionen, Hysterie, Schlaflosigkeit und Unternährung diagnostiziert. Behandlung mit Elektroschocks sechsmal auffüllen. Okay. Einige Objekte socken Momente aus dem Vergangenheit. Nur schweizen in den richtigen Platz und lasst es rausküren. Okay, einige Gegenstände können materielle Lösungen beibinden. Wende im Erinnerungsbund zu finden. Ah, Sunflower, die Zeit wehren. Nur Trostlosigkeit. Nur Trostlosigkeit. Liga Pummel. Ach, ähm. Reicht das schon? Nee. Oh. Das muss ich jetzt nicht alles lesen. Es ist mehr als Grief, mehr als Despair. Okay. Du brauchst mehr Energie, um rauszukommen. Sie weint, ritt Trauer im zweiten Stock. Ich hab keine Ahnung, wie es geht. Ich hab keine Ahnung, wie es geht. Alleine gehen. Das muss ich jetzt nicht alles aufnehmen, was zu lange dauert. Was soll ich mir ansehen? Luft. 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Yeah. Yeah. Nothing's disturbingly satisfying. This could be useful. The light of a memory is strong enough to defy this place. Okay. 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 I'll kill you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Okay. 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 So, jetzt müsste es funktionieren. Das ist ein Rätsel. Das ist ein Rätsel. Das ist ein Rätsel. Okay. Und wie geht es da lang? Nein, da geht es dir überhaupt nicht lang. Wie geht es da lang? Das stimmt, da war ich ja schon. Ich will auf Simulation. Das sieht so ekelhaft aus. Es ist vorbei. Der berührt mich jetzt. Okay, das äh, ah, was? Das ist eine Festung während der Offizie gegen Hitlers Streitkräfte. Das ist ein Rätsel. Oh ja, ich glaube, mir ist endlich etwas aufgefallen. Ich werde es nie wahrnennen. Äh, da geht's. Was ist das? Old invoices. Outdated documents. Wonder why someone put them out here. Äh, was? Äh, was? Sadness. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy. Take it easy? Sad. This place is huge. Easy to get lost. Just... just stick with me. Okay. I'll stick... like... a... tick. You're funny. This... Thomas Reykjavij. What? Oh, right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovic? Was he the manager here? I... I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here. Very recently, I think. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and all bleh. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne, I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one here. Sadness? Come on in today's podcast. Bye. So�,